Happy Birthday to you. Herzlich Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute Mech Arena, weil heute Mutter ist und ich werde auch Dinge spielen. Also viel Spaß. Bis gleich. So, die S-Runde geht los. Ich sehe gerade, dass sein Sound gar nicht anders ist. Okay. Ich verstecke nach. Okay. Fertig. Na, Mr. O.P. So, der Zweite. Da ist Mr. O.P. Das sieht er mich ja nicht. Okay. Und um. Ach, wie. Ah, das gibt's doch nicht. Ich krieg die nicht kaputt. Hm. Was jetzt? Jetzt kommt. Jetzt kommt. Okay, gehen wir mal schnell ein bisschen hoch. Ich bleibe hier. Maa, es war. Na ja, fünf geht's. Ich glaube, ich bin damit. Fünf oder den besten drei. Nein. Ach, nee. Vielleicht auch nicht. Ist doch alles stärker als ich. Ach, nee. Das ist drei. Jawohl. Schau mal mal an. Ja, Mr. O.P. Er hat noch vier Kids. Gott sei Dank. Gut, dann würde ich mal sagen, geht's weiter. Bitte nicht so, ne. Bis gleich. Und die zweite Runde geht los. Ich bin mal gespannt, wie lange ich noch mein Hangar eigentlich da stehen habe. Okay. Ich bin mal. Wie? Ja, das ist. Nein, 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 scheiße, scheiße, ah, Mist, er schießt auf mich, er schießt auf mich. Er hat mich kaputt gemacht, so schlecht konnte ich leider nicht nachladen. Ah, Mist, er schießt. Okay. Okay. Nein, ich habe zwei Sekunden schneller, er wäre tot gewesen. Nein. Super. Nein, das war nicht meine Kills, so ein Mist. Auch nicht mein Kill. Wie oft ich das immer habe, dass ich denke, ich kriege diesen Kill und dann schnappt ein anderer mir den Killback, so ein Mist. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns die Bewertung an. Fünfter. Okay. Okay. Ich bin halt nur Fünfter. Eike hätte nichts gebracht. Ich bräuchte drei mindestens. Egal. Weiter geht's. Nächste Runde. Viel Spaß. Die dritte Runde geht los. Erwischt. 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 Nein, nein, geht schon wieder so schlecht los. Okay, 2, 1. Ach, hab ich den denn geschossen? Ärgerlich. Okay. 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 Aber ich finde es einen Kegel kriege ich gerade. Aber die Runde wird ganz schlecht werden. Ich weiß nicht, wenn ich hier stehen bleibe. Aha. Ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn. Boah, das war glaube ich die schlechteste Runde heute. Drei Kills nur. Oder zwei? Ich weiß es. Drei waren es glaube ich. Oh, nichts, gar nichts. Nur einmal eine Rache gemacht. Das, 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 das. Na gut, dann würde ich mal sagen, die nächste Runde wird bestimmt besser. Bestimmt. Schauen wir die Bewertung an. So. Beste fertig. Fünf. Okay, gerade war ich auch nochmal auf der fünfte. Genau so wie gerade. Vorhin war ich glaube ich einmal der sechste. Bei der zweiten Runde. Die erste Runde war ich zweiter. Naja. Okay. Let's go. Jetzt brauche ich zwei Gold mit ein. Okay. Jetzt brauche ich noch eine richtig krasse Runde. Mal schauen, ob ich da hier jetzt was abreißen kann. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Nachladen. Verstecken. Okay. Aber ich habe schon mal zwei Kills. Ah, soopee. Schwie! Schwie! Los! Nein, mit einem Schuss! Was war das? Und der Fret war das. schon wieder fred der hat vier sterne und eine vier sterne waffe bei mir ist alles drei sterne so ein mist obwohl die runde schon mal gut anfing aber stark angefangen schwach nachgelassen ärgerlich sechs kills welchen platz nummer vier nichts dies war gar nichts eine medaille keine auszeichnung vierter platz ärgerlich ärgerlich na gut okay das war's dann für heute starke gegner heute gehabt warum waren alle online es ist gerade mal 3 uhr 44 müssen die nicht schlafen na gut dann würde ich mal sagen das war's für heute dankeschön für die zuschauer ich würde mich freuen wenn ihr mal nächster dabei seid bis dann für euch viel spaß und auf wiedersehen tschau tschau Untertitelung. BR 2018